Moin Leute, wie ihr sicherlich schon wisst, könnt ihr für den Grimmel Online Award 2015 für Schorostein Papier abstimmen. Und zwar noch die nächsten neun Tage bis zum 11. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Man kann wohl auch öfter seine Stimme abgeben. Okay, hier sind wir. Und dann geben wir die Stimme ab. Und dann musst du nochmal klicken. So. Und schon ist es passiert. Und so könnt ihr voten für mich, für den Grimmel Online Award. Und ja, ich freue mich über jeden Klick und hoffe mit eurer Hilfe da was reißen zu können. Haut rein.